Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, Teil 2 der WLED von A bis Z Reihe. Letztes Mal haben wir ja die Hardware behandelt, also wie schließt man alles an, wie funktioniert der ganze Krempel und dieses Mal soll es um die Software gehen. Wir werden den ESP32 und den ESP8266 flashen und zwar in drei Methoden, ja in die dreigängischen Methoden werde ich zeigen und danach werden wir natürlich die WLED Software von A bis Z mal durchgehen, damit man die ganzen Optionen kennenlernt und einfach sieht, was kann man damit tun. Ich werde ein paar Optionen auslassen, weil es gibt ein paar spezielle Dinge, die dann einfach dazu da sind, um mit Fremdsoftware zu verbinden, um irgendwelche Lichtmusiksteuerungen zu machen und so, das werde ich nicht bringen. Wir halten uns schön an das Konzept, daheim kleinere Bastelprojekte umzusetzen, ja. Ich warne euch gleich vor, das wird wieder ein Kinofilm mit sicher über einer Stunde länger, aber nutzt die Kapitelmarker, ja. Was euch interessiert, springt da hin und hört es euch an oder stellt es auf zweimal vorlaufen oder sonst was. Ich meine, wer wirklich Hilfe braucht und wenn es wirklich interessiert, der schaut sich das an. Ich weiß nicht, wie ich es kürzer machen soll und ich wollte es halt einfach auch so gut wie möglich und so genau wie möglich erklären. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will nicht noch mehr Zeit investieren in diesen Film und euch nicht noch länger da irgendwie an das Ding binden. Wir sehen uns nach dem Intro und legen direkt los. Bis gleich. So und als allererstes, bevor wir natürlich mit WLED rumspielen können, müssen wir unsere ESPs ja erstmal flashen. Das ist so das Allerwichtigste und dazu bietet WLED auf ihren Seiten ja schon eine komplette Anleitung an. Das ist auch überhaupt nicht kompliziert. Zumindest zwei Methoden davon sind nicht so kompliziert, aber wir gehen jetzt einfach mal alle drei im Schnelldurchgang durch, weil ich denke, die Version mit Python, die ist relativ uninteressant oder einfach auch zu kompliziert. Ich möchte es trotzdem kurz zeigen und flashen den ESP28266 und den ESP32 und danach stellen wir dann den ganzen Krempel ein und spielen ein bisschen damit rum. Wenn ihr auf der WLED-Seite seid, könnt ihr unter Basics, unter Installation und Install WLED Binary, da kriegt ihr schon drei Methoden angezeigt. Einmal der WLED Web Installer, einmal die Version 2 über das ESP-Tool. Das ist die komplizierte Methode und einmal die Methode 3 für den ESP Home Flasher. So, wir fangen an mit Methode 1. Die funktioniert sowohl auf dem ESP8266 als auch auf dem ESP32, funktioniert auf Mac, auf Windows, auf Linux, ist gerade egal. Wichtig ist nur, dass ihr den Treiber für euren ESP installiert habt. Es kann sein, dass ihr den anschließt per USB an euren Rechner. Das muss natürlich jetzt erfolgen, weil ich will ja installieren und dass euer Rechner den nicht erkennt, weil ihm der Treiber fehlt. Die Treiber könnt ihr aber runterladen. Ich verlinke die Links unten in der Videobeschreibung. Ich zeige jetzt nicht, wie man einen Treiber installiert, weil so eine Datei runterladen und installieren, das sollte da beherrschen. Vor allem, wenn man dann solche Projekte macht. Das ist dann relativ einfach. Wenn ihr ihn aber per USB an eurem Rechner anschließt, in meinem Fall am Mac Mini, das funktioniert aber wie gesagt auf jedem Betriebssystem gleich, können wir loslegen. Und die erste Methode ist wie gesagt der Web Installer. Und da gibt es eine kleine Einschränkung, der funktioniert nämlich auf dem Safari nicht. Seht ihr, das funktioniert nicht. Da sagt er nämlich, er will entweder Chrome oder Edge. Aber ist ja unter Mac kein Problem, unter macOS. Da kopiere ich mir einfach die Adresse, mache geschwinden Chrome auf. Den gibt es ja da auch. Und rein damit. Und schwupp, sind wir auf der richtigen Seite und es funktioniert. Ich habe also mein ESP per USB schon am Rechner angeschlossen und kann direkt loslegen. Er fragt mich, welche Firmware ich denn möchte. Da bietet der Web Installer leider nicht so viel. Da bietet immer nur die drei letzten plus noch die letzte Sound Reactive Firmware. Die Sound Reactive braucht er dann, wenn ihr ein Mikrofon an eurem ESP angeschlossen habt. Ansonsten nicht. Und ich empfehle immer einfach die neueste Version zu nehmen. In diesem Fall ist es Release 13.1. Die ist auch schon angeklickt. Das Häkchen hier lassen wir weg. Das ist nur für ESP-Module, wo ein Kabelanschluss, ein Netzwerkanschluss drauf ist. So einen Ethernet-Anschluss haben wir ja auf den Standardmodulen jetzt nicht. Also können wir weglassen. Und dann geht einfach ein Klick auf Install. Und im nächsten Fenster, was sich dann öffnet, werden wir gefragt, welches ist denn jetzt euer ESP? Wir haben den ja verbunden mit dem Rechner. Das ist ja ein USB-zu-Serial-Converter, der da drauf ist. Und den muss er natürlich erkennen. Dafür braucht ihr auch den Treiber. Und in dem Fall ist er da. USB-zu-Serial, da ist er. Den klicke ich an, sag verbinden und das war's. Den Rest macht er jetzt im Prinzip vollautomatisch. Er sagt nochmal, was habe ich denn vor? Natürlich, ich möchte installieren. Jetzt verhandelt er mich nochmal. Das ganze Device wird gelöscht. Also alles, was hier vorher drauf war, ist weg. Ist mir egal, tu das bitte. Und schon geht's los. Und das dauert jetzt natürlich eine Weile. Genauso lange wie bei allen anderen Methoden. Er muss halt die Firmware hier erst drauf schieben. Und das warten wir jetzt mal einfach ab. So, und das war's auch schon. Im nächsten Schritt, und das ist jetzt das Geniale am Web-Installer, da fragt er direkt nach der Verbindung zu eurem Hausnetz. Also zu eurer Fritzbox, zu eurem WLAN einfach. Das gebe ich jetzt schnell mal schnell ein. Und er baut dann automatisch die Verbindung zu eurem WLAN auf. Und ihr könnt ja dann direkt sagen, hey, cool, ich möchte gleich auf das Device drauf. Und ihr seht, hier ist die IP-Adresse. 111 hat er gekriegt von der Fritzbox. Und schwupps, ich bin drauf, kann's bedienen, kann machen und kann tun. Und die LEDs, die angeschlossen sind, die würden jetzt auch schon fleißig rumleuchten, wenn ich hier jetzt einfach ein bisschen damit rumspiele. Und das ist das Geniale an dem Web-Installer, die anderen Versionen, also die anderen Möglichkeiten der Installation, da wird es dann ein bisschen komplizierter, wenn wir dann das WLAN einrichten. Was heißt kompliziert, das geht auch, aber das ist halt einfach die angenehmste Methode. Nutzt die, wenn die funktioniert, ist alles gut. So, die etwas kompliziertere Methode ist mit dem ESP-Tool. Das ESP-Tool ist ein Python-Programm. Das heißt, ihr müsst auf eurem Rechner Python installieren. Aber das ist überhaupt kein Problem. Da geht ihr auf die Python-Seite, geht unter Download und da könnt ihr euch dann die neueste Windows, die neueste Mac-Version runterladen. Das macht ihr und installiert es. Das zeige ich jetzt nicht. Einfach runterladen, installieren. Bei der Installation ist es aber sehr wichtig, dass ihr ein kleines Häkchen bei einer Option macht. Das blende ich jetzt gleich ein. Nämlich das dient dazu, dass Python von jedem Pfad, in dem ihr euch befindet, aufgerufen werden kann. Weil wenn ihr euch jetzt gleich die Firmware runterladet, die ihr mit dem ESP-Tool hier draufflaschen wollt und die schmeißt ihr zum Beispiel in den Download-Ordner und ihr geht dann in den Download-Ordner und möchtet von dort Python aufrufen, das macht er dann nicht, weil Python ist halt nicht im Download-Ordner. Wenn er aber das kleine Häkchen macht, wie gesagt, es ist eingeblendet, dann funktioniert es von überall und alles ist gut. Also, Grundvoraussetzung, Python ist installiert, das mit dem kleinen Häkchen und dann sind wir schon startklar. Dann muss man nur noch das ESP-Tool installieren. Und das ESP-Tool ist relativ einfach installiert. Da öffnet er unter Windows einfach einen CMD, eine Shell halt, wie hier im Mac, und gebt einfach ein, ach, ich gehe jetzt mal hoch, hier, PIP3 Install ESP-Tool. Und das war's. Wenn er das macht, dann lädt er das runter und installiert es. In meinem Fall habe ich es schon gemacht. Und dann ist das ESP-Tool auch da und ihr könnt loslegen. So, das heißt, die Grundvoraussetzung haben wir schon geschaffen. Das ESP-Tool ist da und wir können loslegen. Und jetzt steht hier, aber wir brauchen ja im Prinzip nur lesen. ESP 8266. Momentan hängt da mein Mac Mini in ESP 8266. Den will ich installieren. Also, was muss ich machen? Ich muss das ESP-Tool aufrufen, hinten dran Write Flash schreiben, weil ich möchte ja was in Flash schreiben, die Speicheradresse 0x0 angeben und eben den Namen der Firmware, also die Firmware-Datei, die ich runtergeladen habe. Also brauchen wir als erstes eine Firmware-Datei. Die laden wir uns runter auf der GitHub-Seite vom WLD-Projekt. Und da seht ihr schon, das WLD-Release 0.1.3.1. Das haben wir jetzt gerade auch über den Web-Installer installiert. Wunderbar. Und da brauchen wir für ein ESP 8266 logischerweise die 0.13.1. ESP 8266. Die ladet ihr runter und legt sie in den Ordner und fertig ist der ganze Krempel. In meinem Fall liegt sie im Ordner Dokumente. Da schauen wir auch gerade mal rein. Hoppala. Und da habe ich natürlich schon andere Firmware es auch, aber die ESP 8266 bin, die liegt hier. Und jetzt braucht man nichts weiter tun, wie auf der ESP-Seite, den ganzen Krempel hier rauszukopieren. Wieder in unser Shell gehen, das hier reinkopieren und dann hier hinten einfach den Namen austauschen mit der Firmware-Datei, die wir halt installieren wollen. Es kann ja sein, dass ihr aus irgendeinem Grund eine ältere Version installieren möchtet, eine 12er oder sonst was. Da hinten eben den Namen eingeben. Und ich mache das jetzt hier auch geschwind, gebe den Namen ein und schon war es das. Und drücke Enter und er verbindet sich automatisch mit dem ESP 8266 und installiere die Firmware. Und das ist auch eine wunderbare Sache, aber in meinen Augen unnötig kompliziert. Noch komplizierter wird es dann gleich im nächsten Schritt. Zeige ich aber gleich. So, und das war es auch schon. Er ist installiert. Alles läuft, alles ist bereit und wir könnten uns jetzt im Prinzip direkt mit ihm verbinden und ihn dann noch mit unserem Hausnetzwerk verbinden. Das ist nämlich der Nachteil von den anderen zwei Methoden, also von dieser und von der nächsten. Da muss ich mich natürlich erst nach dem Flashen mit meinem ESP, mit meinem WLED verbinden und muss dann in der Konfiguration erst mal eine Verbindung mit meinem Hausnetzwerk machen. Aber das machen wir später, weil ich möchte jetzt erst noch die Version für einen ESP32 zeigen. Und da wird es ein bisschen komplizierter, aber im Prinzip braucht man wieder einfach nur lesen. ESP32, da steht es schon. Wir brauchen zuerst einen Bootloader. Ich zeige es nochmal hier. Und das muss man einfach beachten. Und den Bootloader, den laden wir uns ganz normal auch wieder von der ESP-Github-Seite runter. Wir sind in der neuesten Version, möchten die installieren. Wenn ihr ältere wollt, scrollt da einfach runter. Es kann ja sein, dass es bei manchen Boards vielleicht Probleme gibt. Dann geht man ein bisschen runter, nimmt ein bisschen eine ältere, eine Vorgängerversion. Es funktioniert ja manchmal nicht immer alles so reibungslos, wie jetzt hier im Video. Jemand hat ein ganz exotisches Board, ist ein bisschen blöd. Da funktioniert vielleicht die 12er und die 13er nicht. Aber in der Regel funktioniert die neueste Version. Da ladet ihr euch also den Bootloader runter. ESP Bootloader V4 und einmal die ESP32-Bin für den ESP32. Der ESP01 und ESP02 brauchen wir nicht. Wer was in die Richtung hat, der weiß es. Ich bespreche nur ESP8266 und ESP32. Lade da runter, kopiert sie dann wieder in den Ordner, wo ihr eben dann euren Krempel habt. In meinem Fall ist es wie gesagt der Dokumentenordner. Und dann brauchen wir einfach nur wieder mit Lesen anfangen. Im ersten Schritt will er natürlich den Bootloader. Und hier sehen wir ja, wie man den installiert. Also kopieren wir uns den Krempel wieder raus. Gehen wieder in unser Terminal. Kopieren den Krempel rein. Und ersetzen das da hinten durch den gerade runtergeladenen Bootloader. Den haben wir hier. Die Version 4 ist in dem Fall. So, noch ein Enter hinter. Und drücken einfach einmal auf Enter. Und der Bootloader, der ist recht schnell zu installieren. Der ist sehr klein. Wichtig ist nur, dass man das wirklich in der Reihenfolge macht. Also zuerst den Bootloader und dann die Firmware. Und auch wichtig ist, dass man die richtige Speicheradresse nimmt. Also den Bootloader auf 0x0 und die Firmware auf 0x10.000. Nachdem wir den Bootloader drauf haben, muss man noch die Firmware installieren. Das machen wir auch schnell. Drücken drauf, kopieren uns rüber, löschen das hier hinten raus und ersetzen es durch die aktuelle Firmware, die wir halt möchten. In meinem Fall ist die 13, na gerade die nicht, die 13.1 ESP32. Schreiben wir da hinten dran. Drücken Enter. Und jetzt tut er eben genau an diese Speicheradresse die Firmware installieren. Und das dauert halt jetzt einfach wieder ein Weilchen. So, ich habe das Ganze jetzt einfach mal abgebrochen, weil es im Prinzip der gleiche Vorgang ist. Es dauert halt einfach wahnsinnig lange. Was heißt wahnsinnig lange? Es dauert ein Minütchen, bis das drauf ist. Aber für das Video ist völlig irrelevant. Und schon habt ihr ein ESP32 installiert. Wenn ihr mal wollt, dass ihr die wieder löscht oder wenn ihr die mal wieder löschen wollt, weil irgendwas schiefgelaufen ist, ihr möchtet den Flash wieder löschen, das geht mit dem ESP-Tool nämlich hervorragend. Das ist der Vorteil vom ESP-Tool. Damit kann man die Dinger auch mal wieder komplett leer machen und dann im Prinzip auf Werkszustand zurücksetzen. Da gibt es hier die Möglichkeit, das schreiben sie auch, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dann einfach mal ESP-Tool Erase Flash machen. Das kopieren wir uns raus. Gehen wieder in unsere Eingabeaufforderung, heißt es in Windows. Gehen in unser Terminal, geben genau den Befehl ein und jetzt verbindet er sich wieder mit dem IC, mit dem ESP8266 oder mit dem ESP32. Und löscht den kompletten Krempel runter. Ja, und schon sind wir bei der dritten Methode angelangt, nämlich hier die Methode 3 mit dem ESP-Homeflasher Flashen. Und die ist eigentlich auch relativ einfach, weil der ESP-Homeflasher, das ist ein Tool. Ich klicke gerade mal drauf, dann landen wir direkt auf der Seite, auf der GitHub-Seite vom ESP-Homeflasher, ein Tool, das es für Linux, für Windows und für macOS gibt. Und ihr ladet euch das einfach runter und installiert es und startet es. Und dann seid ihr eigentlich schon startklar. Ja, ich habe es bei mir schon installiert und ich starte es einfach mal. In dem Fall, klar, auf macOS. Aber es macht überhaupt keinen Unterschied. Es funktioniert auf jedem Betriebssystem gleich. Na, wenn er es denn startet. Ist nicht alles geholfen, was glänzt. So, jetzt. Wenn es gestartet ist, könnt ihr hier oben wieder euren Serial-Port aussuchen. Das ist natürlich wieder USB-Serial. Den habt ihr da dann in dem Fall schon automatisch drin. Der denkt ein bisschen mit. Und dann braucht er halt noch die Datei, also die Firmware, die ihr flashen wollt. Da geht er auf Browse. Und wenn sich dann, wie von Zauberhand, das Fenster endlich mal öffnet. Hier, dann unter Dokumente liegt es bei mir. Ich habe jetzt gerade den ESP8266 dran. Da, die 13.1 ESP8266. Sag Open. Und dann brauche ich hier nur noch auf Flash ESP drücken. Und genau das war's. Jetzt verbindet das sich wieder mit dem ESP8266. Flasht den ganzen Krempel schnell hoch. Und aus der Zauber. Das sind die drei Methoden, die es gibt. Jetzt warten wir noch ganz kurz. Es geht nämlich gerade relativ zügig. So. Und das war schon der ganze Zauber. Das war die dritte und letzte Methode. Mehr brauchen wir hier auch gar nicht. Und genau über diese drei Methoden kann man das machen. Das macht am meisten Sinn. Und das war's. Es gibt noch eine vierte Methode. So ein Over-the-Air-Update. Da braucht man aber dann Arduino und, und, und. Das ist noch komplizierter wie die Sache mit Python. Also es ist eigentlich nicht kompliziert, wenn man weiß, was man macht. Aber jetzt so für eben genau die Leute, für die ich das hier genau mache, ja, anstecken, installieren, funktioniert, reichen die drei Methoden aus. Ihr habt mit der Methode 4 auch keinen Vorteil oder sonst was. Einfach vergessen. Okay. So weit, so gut. So, und jetzt haben wir ja gesehen, dass man bei Methode 1 ja direkt gefragt wurde, hey, wie sind deine WLAN-Daten, weil ich möchte mich direkt mit deinem WLAN verbinden und dann kannst du auch direkt meine WLID-Seite besuchen, die ja hier drauf läuft und kannst loslegen. Das funktioniert bei Methode 2 und 3 natürlich nicht. Da ist es ein bisschen anders und das machen wir jetzt schnell, gehen wir jetzt schnell durch. Nachdem ihr euren ESP nämlich geflasht habt, das Erste, was der macht, der spannt ein eigenes WLAN auf. Das heißt, der macht ein eigenes WLAN, mit dem ihr euch verbinden müsst. Ja, und das findet ihr natürlich, egal ob über das Handy oder über das Tablet oder über hier jetzt wie bei mir mit dem Mac Mini, ihr müsst euch halt einfach das WLAN suchen. Das heißt WLED-AP. Damit verbindet ihr euch und das war es dann schon. Kurze Zeit später geht eine Seite auf und er fragt euch dann hier direkt, hey, wie sind denn eure Wi-Fi-Settings. Ja, da geht er drauf und jetzt seid ihr quasi genau im Konfigurationsmenü für Wi-Fi, was ihr nachher dann in der WLED-App, die wir uns dann nachher gleich angucken, im zweiten Teil, auch zur Verfügung habt. Da oben gebt ihr einfach dann wieder eure WLAN-Daten ein und sagt einmal Save und Connect. Jawohl. Und das war es. Jetzt fängt er an, macht ein Reboot. Ja, und wenn ihr sich dann mit eurem WLAN verbunden habt, dann müsst ihr natürlich erst mal rausfinden, was hat denn das Teil jetzt für eine IP-Adresse. Ja, und das findet ihr da ganz leicht raus, wenn jetzt zum Beispiel wie bei mir, ich mache es jetzt bei mir über die Fritzbox, ich habe halt nun mal eine Fritzbox. Da könnt ihr nämlich in eurer Fritzbox oder in eurem Router, womit er sich halt verbunden hat, könnt ihr unter Netzwerk jetzt in meinem Fall. Das ist immer spezifisch, was man für einen Router hat, aber ich denke mal, viele, viele, viele Menschen werden wohl eine Fritzbox haben. Da taucht er jetzt irgendwo auf. Ich mache es jetzt kurz. Such mal schnell nach WLED und dann zeigt er mir hier alle WLED-Sachen, die ich habe, an. Und in dem Fall, ich habe es doch gerade gesehen, hier, WLED YouTube ESP8266, da ist er. Normalerweise steht da nur WLED mit einer Nummer dahinter. Ich habe da schon ein bisschen rumgespielt, deswegen hat er schon einen Namen bei mir, aber spielt ja auch keine Rolle. So findet ihr den. Und der hat die IP-Adresse 192.168.178.111 und die kopiere ich einfach raus, schmeiße sie in meinen Browser oben rein und schwupp bin ich auf der WLED-App. Und wie wir die bedienen, das schauen wir uns dann, wie gesagt, gleich im zweiten Teil an. So, nachdem wir unsere WLED-Firma jetzt auf den ESP8266 geflasht haben, können wir eigentlich direkt einsteigen. Ich meine, wir haben die Software drauf geflasht, wir haben das Teil in unser Hausnetzwerk eingebunden, wir haben eine IP-Adresse erhalten und können jetzt direkt darauf zugreifen. Ich habe das hier mal auf den Tisch so ausgelegt, der LED-Streifen ist weg, ich habe hier die Ring-LED dran. Ich meine, ist ja im Prinzip genau das Gleiche, Hauptsache, ihr seht nachher, was passiert, wenn wir auf WLED rumdrücken. Wir haben das Rallye noch dran, wir haben den Widerstand noch dran, das Elko noch dran und klar, unser ESP8266 ist auch da. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt mit WLED und gucken mal, was da so alles geht. So, da wir ja eine IP-Adresse erhalten haben für unser kleines WLED-Projekt, was bei mir jetzt in dem Fall auf dem Tisch liegt, können wir die hier direkt im Browser auch eingeben, zum Beispiel, ich mache das gerade mal 192, 168, 178, 111 und schwupp, man sieht schon, man ist direkt auf der WLED-Oberfläche und könnte sie auch schon loslegen. Ich mache den LED-Ring einfach mal an und das war's. Jetzt können wir im Prinzip das ganze Teil schon steuern mit allem, was WLED zur Verfügung stellt. Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit, die WLED-App zu nutzen. Die findet ihr für Windows im App Store, für macOS, für Android, für iOS, für iPadOS. Gibt es keine Grenzen, das könnt ihr überall benutzen und es sieht auch überall gleich aus. Ich zeige es euch hier jetzt gerade auf macOS. Wenn ihr die App gestartet habt, habt ihr oben rechts ein kleines Plus. Da verlangt ihr dann wieder nach der IP-Adresse von eurem Projekt. Stehe 111 und dann könnt ihr hier noch einen Namen eingeben, der wird dann auf der Startseite angegeben. damit man das dann auch, wenn man viele Projekte drin hat, differenzieren kann. Und auf das kleine Häkchen, und da seht ihr schon, da ist schon mein YouTube-WLED-Projekt, liegt hier auf dem Tisch, leuchtet grün. Ich sehe auch jetzt schon, es ist angeschaltet und die Helligkeit ist so im unteren Drittel. Ich kann es jetzt auch direkt hier ausschalten und wieder anschalten oder ich gehe einfach über Klick auf den Namen, auf die WLED-App, auf die Oberfläche zur Steuerung und da bin ich auch schon und ihr seht, das sieht genauso aus wie im Browser. Und da ich aber im Browser die Möglichkeit habe, zu zoomen und das Bild einfach ein bisschen größer ist und ihr das besser seht, bleiben wir im Browser, aber es macht keinen Unterschied, ob ihr das auf dem Handy, auf dem Tablet, im Browser oder in der App auf dem Desktop macht, ist scheißegal, es ist eins zu eins das Gleiche. Ja, und in WLED selber seht ihr schon, da kann man ganz schön viel machen. Hier oben haben wir Optionen, hier unten haben wir Optionen, hier in der Mitte haben wir einen Haufen Optionen und die wollen wir jetzt mal nach und nach Schritt für Schritt durchgehen. Und ja, fangen wir einfach mal an. Hier oben, da werde ich nachher noch was dazu sagen, was hier in diesen Optionen zwischen Timer und Config drin steckt. Ganz oben links ist auf jeden Fall schon mal der Power Knopf, da könnt ihr das in dem Fall den LED Ring aus- und anschalten und ganz rechts schauen wir uns gleich sofort an. Hier unten haben wir schon mal so Shortcuts, wir sind gerade auf dem ersten Tab, Colors und da kann man ganz einfach dann die Farben ändern. Dann gibt es noch einen zweiten, Effekte, hier werden dann unsere ganzen Effekte drunter versteckt, dann gibt es noch einen dritten, Segmente, da können wir verschiedene Segmente anlegen, da reden wir dann gleich noch drüber und dann haben wir Presets, ja. So, jetzt sind wir aber auf dem Browser und da haben wir genügend Platz und da kommt jetzt schon diese Option hier ins Spiel, dieses PC-Mode und drücken wir da drauf, dann zeigt er uns einfach die ganzen Optionen, die wir vorhin hier unten in diesen Tabs hatten, nebeneinander an. Also wir haben hier links wieder die Farben, rechts daneben haben wir unsere Effekte, noch eins rechts daneben die Segmente und ganz außen rechts haben wir dann unsere Presets. Ja, am Anfang tun wir ganz außen links mit den Farben und das ist eigentlich relativ schnell erklärt und auch einfach zu verstehen, ja. Ich meine, es ist selbst erklärend, hier oben haben wir ein Farbrad, da können wir dann die verschiedenen Farben auswählen und unser LED-Ring, Schrägstrich, Streifen, der macht einfach das, was wir hier möchten, ne. Hier unten können wir noch die Farbintensität einstellen und die Farbtemperatur, ne. Ihr seht, jetzt ist es kaltweiß, ich kann auf warmweiß gehen, aber im Prinzip macht der hier, die Schieberegler das Gleiche, wenn er es hier von Hand macht, im Farbrad, ne, ganz einfach, ja. So, eins weiter drunter habt ihr noch eine Farbpalette mit vordefinierten Farben, ja, da sind dann eben ein paar vordefinierte Farben drin, das seht ihr ja, und ganz drunter sind drei Farbspeicher. Die sind nachher in Kombination mit Effekten wichtig, da reden wir dann nachher nochmal genau drüber, aber man kann auf jeden Fall in jedem der Farbspeicher, indem man einfach auf die Zahl klickt oder auf den Speicher klickt und dann auf eine Farbe kann man eine Farbe abspeichern, ja, und das kann man auch wieder rückgängig machen, indem man es einfach wieder auf schwarz stellt. Unten drunter haben wir dann noch eine ganze Menge Farbpaletten oder Farbverläufe, die sind auch für die Effekte wichtig, das gehen wir dann nachher durch, wenn wir die Effekte durchgehen, ne. Das sind einfach schon ein paar vorgefertigte Farbverläufe, die ganz schön sind, ist im Prinzip nichts anderes, wie wenn man sich hier oben was zusammenbastelt. Das schauen wir uns aber dann an, wenn wir an die Effekte rangehen. Effekte habt ihr eine ganze Menge, also da müsst ihr einfach mal rumspielen, was euch gefällt. Da gibt es so viele verschiedene Effekte, das ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, spielt da ein bisschen rum, dann seht ihr schon, was euch da für euer Projekt gefällt oder was ihr da gerne einsetzt. Aber fangen wir mal ganz oben an. Ganz oben haben wir die Effektgeschwindigkeit. Ich starte mal schnell einen Effekt. Und da sieht man es nämlich schön. Und hier kann man die Geschwindigkeit einstellen, von ganz langsam bis ganz schnell. So einfach ist schon mal das. Eins drunter hat man die Effektintensität. Das ist jetzt so ein bisschen lustig. Und zwar ist das so eine Art Nachleuchten. Also es verhält sich auch von Effekt zu Effekt manchmal ein bisschen anders. Wie ihr seht, kann man zum Beispiel bei Rainbow, den nehme ich gerade mal kurz, QRS, ein bisschen zu tief. Na, wo ist er? Rainbow. Da seht ihr jetzt im Prinzip, dass der ganze Regenbogen, der da eigentlich dargestellt werden soll, im Prinzip verwischt. Und wenn ich jetzt hier ein bisschen hochgehe, ja, dann stellt er den immer schöner dar. So weit, bis irgendwann die Farben total vereinzelt sind. Ich mache gerade mal ein bisschen heller. Ich sehe gerade, es ist ein bisschen dunkel. Also hier ist einfach die Intensität des Effekts, kann man da oben einstellen. Und da müsst ihr einfach ein bisschen rumspielen. Da gibt es ja auch keine Regeln. Ihr stellt da einfach ein, was euch gefällt, wie es euch am besten gefällt, dass der Effekt abläuft. Darunter haben wir, wie gesagt, die Effekte. Und jetzt kommen wir da auch schon wieder zu den Farben rüber. Ich lasse jetzt mal den Vibe-Effekt drin. Und es gibt einige Effekte, die eben genau diese drei Farben und diese vorgefertigten Farbverläufe nutzen. Wie ihr seht, läuft unser Vibe-Effekt jetzt momentan auf Blau. Ich kann ihn aber hier auch jederzeit auf eine andere Farbe stellen. Ich mache ihn gerade mal noch einen Tick schneller. Und man hat jetzt aber die Möglichkeit, hier noch eine zweite Farbe einzustellen, nämlich den Hintergrund. Wenn ich jetzt auf die zweite Farbe hier glücktrick, auf den zweiten Farbspeicher, meine Güte, und hier zum Beispiel Rot nehme, dann ist der Hintergrund jetzt Rot und der Effekt selber läuft hier in rosa weiter, wie ich es gerade eingestellt habe. Ich kann jetzt auch wieder auf den ersten Farbspeicher gehen und Blau einstellen. Jetzt läuft es quasi auf Rot und auf Blau. So, hier kann ich jetzt natürlich keine Farbverläufe eingeben und dafür sind genau diese vorgefertigten Farbverläufe hier unten da. Ich möchte zum Beispiel diesen hier haben, kennen die. Und jetzt seht ihr gleich, wenn der einmal durch ist, jetzt läuft der Effekt in einem Farbverlauf durch. Und zwar genau in dem, wie man es hier auch schön optisch dargestellt sieht. Oder ich nehme diesen hier. Das spielt im Prinzip keine Rolle. Dann verläuft er in dem Farbverlauf. Oder von mir aus in April, April Night. Ja, das ist gerade wurscht. Das sind einfach vorgefertigte Farbverläufe, weil hier oben habt ihr halt nur die Möglichkeit, in den Farbspeicher eben Vollfarben einzugehen. Blau, Rot, was auch immer. Aber eben keine schönen Verläufe. Und da müsst ihr einfach rumspielen. Sucht euch irgendeinen Effekt aus, und spielt hier ein bisschen mit dem Farbspeichern rum, mit den Farben, mit den Verläufen, mit der Geschwindigkeit und mit der Intensität. Und dann seht ihr ja schon, was dabei rauskommt. Und stellt da für euch einfach das ein, wie es euch gefällt. Das ist ja auch relativ einfach gemacht. So, und jetzt gehen wir eins weiter rechts zu den Segmenten. Und da wird es richtig interessant. Und zwar ist das folgendermaßen. Man kann die Anzahl der LEDs, die man da ansteuert, in verschiedene Segmente einteilen. Mein LED-Ring hat ja 24 LEDs. Und ich könnte jetzt einfach sagen, hey, hör zu, du machst jetzt aus den ersten 0 bis 12 Segment und kann danach noch ein zweites Segment mit anderen LEDs machen. Oder wir machen aus dem Ring 5 Segmente. Zum Anschauen jetzt erst mal 2. Und zwar ist das folgendermaßen. Wir haben hier die Möglichkeit, die Start-LED einzugeben. Das ist in dem Fall die LED 0. Also die allererste. Die könnte man auch überspringen. Hier können wir sagen, wo endet das Segment. Dann haben wir hier ein Offset. Der Offset macht im Prinzip das gleiche wie da vorne die Start-LED. Wenn ich hier jetzt ein Offset von 5 mache, würden halt die ersten 5 übersprungen werden. Ich kann LEDs gruppieren. Das heißt, wenn ich jetzt sage, hey, gruppiere mir 2 LEDs, würden immer die 2 aneinander folgenden LEDs das gleiche tun. Das schauen wir uns vielleicht gleich mal an. Dann gibt es noch ein Spacing. Da kann ich sagen, wie viele LEDs soll er leer lassen. Wenn ich jetzt hier eine 1 eingib, wird nur jede zweite LED beleuchtet. Und ich kann hier unten noch sagen, lass das Ganze, was da passiert, rückwärts laufen. Das heißt, nicht mehr die erste LED, ganz vorne wäre die erste, sondern die letzte am Streifen wäre die erste. Das emuliert er dann und dann läuft einfach der komplette Krempel, den er eingerichtet hat, einfach rückwärts. Hier gibt es noch einen Effekt, der nennt sich Spiegeleffekt. Da geht es einfach darum, jetzt, wie erkläre ich das, wenn ihr 2 LED-Streifen parallel nebeneinander legt, ja, und die habt ihr aber in Reihe geschaltet. Das heißt, ihr habt 5 Meter LED-Streifen zum Beispiel und ganz am Ende habt ihr nochmal 5 Meter LED dran, legt den aber zurück bis wieder zum Beginn des ersten LED-Streifens. Dann würde jetzt so ein Effekt wie hier unten an der Ring-LED quasi immer im Kreis laufen, ja. Ihr möchtet es aber nicht. Ihr möchtet, dass beide LED-Streifen genau in die gleiche Richtung laufen und da könnt ihr eben hier diesen Spiegeleffekt einstellen und dann sorgt er dafür, dass genau das passiert. So, jetzt legen wir mal ein Segment an. Unser erstes Segment, Start LED 0, Stop LED 12, möchte ich jetzt einfach mal so anlegen und ist damit erledigt. Jetzt seht ihr auch schon unten an meinem LED-Ring, dass nur noch die ersten 12 LEDs mit dem Effekt, den wir uns hier ausgesucht haben, in dem Fall steht hier der Vibe-Effekt, beaufschlagt wird. Jetzt tut man ein zweites Segment anlegen und das sagt er jetzt schon, es bleiben ja nur noch die übrig, will ich die nehmen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, nee, nur 12 bis 15 machen wir das zweite Segment und das dritte dann noch irgendwie anders her, seid ihr völlig frei. Ich nehme aber jetzt die zweite Hälfte für das zweite Segment, sage okay. Und jetzt seht ihr schon, da fängt schon direkt ein anderer Effekt an auf dem zweiten Segment und jetzt stellen wir das einfach mal ein. Ich sage jetzt hier, Segment 1 soll solid sein, da stelle ich eine Farbe ein, sagen wir mal rot und das Segment 2, da soll, ja, da lassen wir jetzt mal, keine Ahnung, da hauen wir jetzt mal den Vibe-Effekt drauf. So. Und jetzt seht ihr, da macht genau das, wie ich es gesagt habe, jetzt kann ich auch wieder sagen, nee, komm, Segment 0 möchte ich doch einen Effekt haben, keine Ahnung, TV-Simulator oder Sweep oder weiß der Geier, da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt, machen wir es, na, das ist nicht schön, da sieht man nicht so viel, irgendwas, ne, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will, ich habe das jetzt in zwei Segmente angeteilt, Segment 0 ist von LED 0 bis 12 und Segment 2 ist von LED 12 bis 24 und ich kann je nachdem, was ich hier anhake, eben, äh, separat die Effekte einstellen und somit aus, aus einem langen LED-Streifen, der zum Beispiel einmal oben an der Decke ringsherum ums Wohnzimmer geht, mehrere Segmente machen. Und, das erst mal zum Thema Segmente, die haben aber nur einen Nachteil, wenn ich nämlich hingehe und mein, äh, ESP resette oder vom Strom nehmen wieder dran mache, dann verschwinden die Segmente wieder, die werden also nicht gespeichert, ne, das ist jetzt quasi eine Spielerei, die so lange funktioniert, wie die Software läuft und, und wie der ESP eben mit Strom versorgt ist. Wenn ich da jetzt aber, wie gesagt, ein Reset mache, sind die wieder weg. Ja, und noch eine Kleinigkeit, hier unten habe ich vergessen, diese Zeit hier gibt an, wie lange es dauert, wenn ich eine Veränderung ausführe, wie lange es dauert, bis sie dann tatsächlich am LED-Streifen ankommt. Ne, das können wir kurz mal ausprobieren, ich sage jetzt hier mal, äh, fünf Sekunden soll das dauern und jetzt sage ich, das Segment 1 soll jetzt einfach, äh, nicht mehr, nicht mehr irgendeinen Effekt machen, nicht mehr bunt sein, das soll jetzt einfach solid in grün sein und jetzt dauert das fünf Sekunden, da müssen wir jetzt einfach warten und zack, da ist grün, ne, und wenn ich das wieder auf eine, eine schnellere Zeit mache, auf eins zum Beispiel und ich mache jetzt hier Farbe rot, dann dauert es halt eine Sekunde und es wird rot, ne, da kann man quasi das, das Faden vom einen Effekt in den anderen oder von einer Farbe in die anderen, die Zeit, die er sich dafür lässt, die kann man hier einstellen. So, jetzt habe ich ja gesagt, der Krempel hier, die, die ganzen Segmente und Einstellungen, die er gemacht hat, die gehen nach dem Neustart vom ESP verloren und genau hier kommen jetzt die Presets ins Spiel und die ermöglichen mir eben alles, was ich hier schön mühevoll eingestellt habe, zu speichern und jederzeit wieder aufzurufen und genau das wollen wir jetzt mal machen. Wir erstellen also ein Preset und können ganz oben dem Preset mal einen Namen geben. Ich sage jetzt einfach mal Test 1. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Quick Label zu vergeben. Quick Label, das seht ihr dann nachher, wenn es angelegt ist, die tauchen einfach immer ganz oben aus zur Auswahl, ne, auf die, die Namen, die ich vergebe, die sind dann hier unten in der Liste und die Quick Labels werden alle hier oben gesammelt, einfach ein Schnellzugriff, ne, den nenne ich jetzt mal T1. So, und dann haben wir hier einfach die Möglichkeit zu sagen, nutze alles, was hier eingestellt ist, inklusive der, der Helligkeit, ne, weil normalerweise ist das so, wenn ihr, äh, den ESP neu startet oder sonst irgendwas macht, ist ja immer die Standardhelligkeit ist genau in der Mitte eingestellt und hier könnt ihr sagen, und das wäre dann auch bei eurem Preset so, ne, das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel die Helligkeit auf dunkel stellt und ihr habt dieses Häkchen nicht drin und ihr ladet dieses Preset nachher, also dass, dass er wieder eure Effekte bringt, würde die Helligkeit auf dunkel bleiben. Ne, wenn ihr aber hier sagt, hey, speichert die Helligkeit ab, genau so, wie ich mir das hier eingestellt habe, dann tut er, egal was ihr hier oben rumgespielt habt zuvor, tut er beim Laden von dem Preset Test 1 wieder die Helligkeit einstellen, die dazu gehört. dieses Save Segment Bounce, da heißt es einfach, dass er die Segmente hier mitspeichert und dann, wenn ihr das Preset drückt, wieder anlegt. Das sehen wir aber gleich alles. Als letztes haben wir noch eine ID. Die ID, die wird später im Pro-Programm wichtig, weil da können wir nämlich dann die Presets direkt über die ID aufrufen und die ist auch wichtig für die Konfiguration vom WLED, weil ihr könnt nämlich sagen, wenn ich meinen kleinen ESP oder mein WLED-Projekt an die Spannung hänge, mit welchem Preset soll er dann direkt anfangen zu leuchten, weil standardmäßig ist ja so ein Warmbeiß eingestellt, die LEDs leuchten alle Warmbeiß und da könnt ihr sagen, nee, 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 wenn ich dich an- und ausschalte, dann fang bitte direkt mit dem Preset an zu leuchten. Und ein Preset muss ja nicht hier mit Segmenten und Effekten sein, ein Preset kann ich auch einfach speichern in Farbe Rot. Fertig, aus. Dann würde er, wenn die Spannung wegnehmen oder ihn neu starten oder sonst was, würde er automatisch mit der Farbe Rot starten. Wie auch immer, wir legen das Preset mal an. Ich sage Speichern und jetzt seht ihr auch schon hier, hier ist mein Quick Label und hier unten habe ich dann eben mein Preset nochmal mit allen Einstellungen und jetzt haben wir es ein bisschen, jetzt haben wir es so gespeichert, dass oben Rot ist und unten eben dieser Effekt läuft und jetzt möchte ich aber noch ein zweites Preset anlegen mit einem anderen Effekt, einfach damit man das mal ausprobieren können. Also mache ich jetzt hier noch ein Segment dazu, sage aber zuerst, dass das erste Segment von 0 bis 12 geht, das können wir lassen. Das zweite mache ich jetzt einfach von 12 bis, keine Ahnung, bis 19. Lassen wir auch so und jetzt lege ich noch ein drittes Segment an und das sage ich jetzt einfach, das soll von 19 bis 24 gehen. Jetzt haben wir drei Segmente und ich sage jetzt, bitte das erste Segment, da soll eine Farbe rein, dann nehmen wir jetzt in dem Fall mal blau. Das zweite Segment, da hätte ich gern, keine Ahnung, irgendeinen Effekt drin, den man auch sieht. Ja, nehmen wir den. und das dritte Segment, da machen wir von mir aus Vibe rein, dass da auch noch ein bisschen was läuft. Jetzt seht ihr, ich habe drei Segmente angelegt und jedes Segment macht was anderes und die Helligkeit von diesem ganzen Ding möchte ich auch ein bisschen stärker haben, machen wir das so. Und jetzt sage ich einfach, ich tue ein neues Preset machen, das nenne ich jetzt Test 2. Ups, gibt dem auch wieder ein Quick Label, kann man machen, muss man aber nicht, die ID ist automatisch auf 2, ich sage speichern. Und jetzt seht ihr, ich habe T1, T2, Test 1, Test 2 und jetzt kann ich ganz einfach hin und her schalten. Was auf, ich drücke einmal auf Test 1, das ist unser Preset von vorhin, da hat er automatisch die Helligkeit reduziert, hat das dritte Segment wieder gelöscht und hat alles so eingestellt, wie es vorher war. Jetzt gehe ich auf Test 2, zack, die Helligkeit ist wieder oben, das dritte Segment ist wieder da und alles ist genau so, wie ich es eben für dieses Preset eingestellt habe. Das gleiche auch hier über die Quick Labels, da kann man einfach dann wunderbar hin und her schalten. Ja und so einfach ist es, mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu spielen, dafür sind die Hauptfunktionen da und die Frage in Kommentaren bei meinem ersten Video war ja auch, ob was kommt mit eigene Effekte erstellen. Ja, da gibt es Möglichkeiten hier wirklich solche Effekte erst zu erstellen und die auch hier rein zu bringen, aber das geht dann nur über einen Code und man muss kompilieren und machen und tun, das werden wir heute nicht behandeln, das ist zu aufwendig und von daher kann man da schon mal viel machen. Ich kann mit vielen Segmenten, kann ich auch mit vielen Effekten kann ich rumspielen und mir wirklich so, sag ich jetzt mal, im rudimentären Stil eigene Effekte zusammenstellen und die dann auch hier wirklich in Presets zu speichern und zu benutzen. Ja, nachdem wir hier alles abgefrühstückt haben, also ich hoffe zumindest, dass es alles war, aber ist ja kein Problem, wenn jemand Fragen hat, einfach in die Kommentare unten reinhauen, die kriegen wir dann geklärt, aber das hier ist eigentlich noch der einfachste Part, damit denke ich, kommt jeder klar und jetzt habt ihr mal gesehen, für was die einzelnen Funktionen sind. Wir machen direkt weiter mit den Reitern hier oben und da würde ich sagen, fangen wir direkt mit der Konfiguration an und arbeiten uns einfach Schritt für Schritt durch. Ja, und wir fangen oben an mit Wifi Setup, Wifi Setup und ich sage es gleich dazu, ich gehe nicht alles, ich gehe wirklich nicht alles durch. Wir machen so die wichtigsten Dinge und wenn ich was hier nicht anspreche, was irgendwo steht, dann habe ich es nicht vergessen, sondern möchte ich es einfach nicht ansprechen. Da gibt es auch Dinge, die sind einfach eine Nummer zu hoch oder auch zu kompliziert und das würde zu lang dauern, das zu erklären und dann gibt es auch einige Dinge, die habe ich selber noch nicht ausprobiert, da möchte ich auch nichts drüber sagen, weil sonst würde ich eventuell auch dann was Falsches sagen. Wir fangen also wie gesagt an im Wifi Setup und da habt ihr ja ganz oben schon mal, seht ihr eure SSID von eurem Heimnetz, von eurem WLAN und das Passwort. Das soll ja schon eigentlich schon vorhanden sein in dem Fall, weil wir haben das ja vorher schon beim Flaschen direkt eingerichtet. Eine Stufe drunter hat man dann die Möglichkeit, das Ganze mit einer statischen IP zu vergeben, wenn man kein DRCP benutzt. Da gebt ihr dann hier die IP ein, die ihr haben möchtet, das Gateway, zum Beispiel auch eine Fritzbox und die Subnet-Maske. Wer das macht, der wird wissen, was er tut, denke ich. Und drunter habt ihr noch die Möglichkeiten, einen MDNS-Namen anzugeben und das ist einfach irgendein Name, unter dem ihr die WLED-Instanz dann im Browser auch erreicht. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, bei mir steht YouTube-WLED drin und genau so habe ich auch meine Instanz aufgerufen. Ich kann aber auch genauso gut wieder über die IP aufrufen, das spielt gar keine Rolle. Jetzt sind wir wieder über die IP drin oder ich mache es halt da oben wirklich über YouTube-WLED-Local und komme auf die gleiche Seite. Mehr macht die Funktion nicht. Ja, dann habt ihr unten noch den S-Access-Point, weil wenn er mal euer WLAN verliert, damit ihr trotzdem noch auf euer WLED kommt, dann wird er ein eigenes WLAN eröffnen, das heißt dann WLED-AP, das findet ihr dann in eurem WLAN, also da könnt ihr dann, hier würde das quasi auftauchen. Da könnt ihr einfach einen anderen Namen dafür angeben und ein Passwort, damit wenn das mal passiert, dass nicht jeder auf eure Instanz da drauf kommt, der Nachbar zum Beispiel. Genau. Gibt noch Spielereien, wie den Channel zu verändern für den Access-Point, einfach lassen. So, da experimentell, da kann man noch sagen, der Wi-Fi-Sleep soll ausgeschaltet werden, weil irgendwann geht er natürlich in Ruhezustand. Wenn ihr keine Probleme habt mit eurer App auf Dauer auch, wenn das immer funktioniert, ist erreichbar, dann lasst ihr einfach die Finger weg, steht ja auch alles drunter, wird nur benötigt, wenn es wirklich Probleme gab. So, dann gehen wir weiter ins Wichtigste, nämlich die LED-Einstellung und da seht ihr da oben erst mal wie viele LEDs ihr angeschlossen habt und wie viel Strom bei welcher Spannung die maximal benötigen. Früher in den alten Firmware-Versionen konnte man hier oben direkt, also wenn man direkt hier reingeschrieben hat die Anzahl der LEDs verändern, das geht in den neuen Versionen nicht mehr, da macht man es weiter unten, das sehen wir aber gleich. Eine Stufe drunter da mit diesem Häkchen, da könnt ihr die tolle Funktion nutzen, nämlich wenn ihr zum Beispiel 300 LEDs habt, aber nur ein 8 Ampere Netzteil, dann könnt ihr hier anhaken und könnt sagen, hey, ich habe nur ein 8 Ampere Netzteil, bitte liebes WLED sorgt dafür, dass da nicht mehr Strom benötigt wird, dass du also mit der Helligkeit von LEDs so umgehst, dass da eben nicht mehr wie 8 Ampere fließen können. Und diese ganze Einstellung, die er hier macht, auch das, was er hier berechnet, das kann man eben hier eins ton, dann nochmal vorgeben. Hier hat man nämlich die Möglichkeit zu sagen, wie viel Strom brauchen meine LEDs denn bei welcher Spannung. Also wir können da das Untermenü öffnen und dann sehen wir hier schon, es gibt schon mal vier voreingestellte Sachen, 5 Volt 55 Milliampere, 5 Volt 35 Milliampere und so weiter und so fort. Wenn da jetzt für eure LEDs, die ihr verwendet, nichts bei ist, kann man auch auf Custom gehen und kann dann sagen, hey, meine LEDs brauchen von mir aus 100 Milliampere. Und ihr seht schon, in dem Moment, wo ich es eingebe, ändern sich hier oben natürlich auch die berechneten Werte und auch diese Schutzfunktionen wird sich dann daran eben halten, was ihr da eingegeben habt. Wenn ihr aber WS2812 habt, sind die 55 Milliampere okay, auch wenn im Datenblatt 60 stehen, wunderbar, das passt dann so weit und auch diese Schutzfunktion funktioniert bestens. Noch eins weiter drunter, da könnt ihr dann tatsächlich sagen, was für eine Art von LED-Streifen ihr habt. Da habt ihr eine ganze Liste drin und das ist genau die gleiche Liste, wie ihr auf der WLED-Seite unter Hardware als kompatible LED-Streifen seht. Mit denen ist WLED nun mal kompatibel und genau die tauchen auch hier auf und wir haben halt ein WS2812, also nehmen wir auch WS281X, bei uns ist halt dann eine 2. Den nehmen wir und dann passt das auch. Hier könnt ihr noch die Farbreihenfolge eingeben, bei den WS2812 passt GRB, es gibt LED-Streifen, da ist die Reihenfolge einfach anders. Das merkt ihr aber ganz schnell, wenn ihr nämlich auf das Wahlrad geht, auf das Farbwahlrad und ihr macht zum Beispiel Blau und es kommt eine andere Farbe an eurem Streifen an, dann wisst ihr, genau an dem Punkt stimmt was nicht, ich muss also gucken, dass ich hier bei der Farbreihenfolge was ändere. So, und jetzt sind wir hier an dem Punkt und hier kann man jetzt bei den neuen Firmwaren die Anzahl der LEDs eingeben. Gebe ich hier zum Beispiel 300 ein, erscheine auch schon da oben 300 und er rechnet alles um. Das ist eben neu, bei den älteren Versionen konnte man das noch direkt hier oben machen. Genau. Und dann könnt ihr das Ganze hier noch rückwärts schalten, dann verhält sich der LED-Streifen eben anders drum als gewohnt. Ihr könnt die erste LED überspringen. Ja, eins weiter darunter seht ihr dann die Speichernutzung und die WS8, das sage ich schon, die ESP, sie haben so viel Speicher, also einfach ignorieren, ihr seht, da geht eine ganze Menge drauf. Ja, und dann habt ihr die Möglichkeit, da haben wir drüber gesprochen beim ersten Video, ich habe die Möglichkeit beim ESP 8266 zum Beispiel mehrere LED-Streifen anzuschließen, drei an der Zahl haben wir ja gesagt, also ich könnte zum Beispiel auf D3, auf D4 und auf D5 einen LED-Streifen anschließen und kann dann eben genau hier sagen, hier sagen, mach für jeden LED-Streifen, der angeschlossen ist, also hier mit dieser Option, ein eigenes Segment, das heißt, wenn ich in den Einstellungen, da kommen wir auch gleich noch hin, sage, ich habe drei LED-Streifen dran, würde er automatisch in den Segmenten, was wir gerade gesehen haben, hier, automatisch ein Segment für jeden angeschlossenen Streifen anlegen. Und wo die LED-Streifen angeschlossen sind, also jetzt nochmal, wir haben ja gesagt, man kann beim ESP8266 bis zu 3 und beim ESP32 bis zu 10 LED-Streifen anschließen und auf dem Datenblatt oder auf dem Pinout-Diagramm zu eurem ESP, da seht ihr ja den passenden GPIO-Pin oder die passende GPIO-Bezeichnung IO540 und so weiter zu der Bezeichnung auf der Leiterplatte. Wenn ihr jetzt einen LED-Streifen wie wir am D4 angeschlossen habt, das ist IO2, müsst ihr dann den W-LED logischerweise auch beim LED-Streifen, den ihr hier konfiguriert, sagen, der hängt an GPIO-2. Standardmäßig ist beim ESP8266 eben der D4 mit dem IO2, da braucht man nichts einstellen, aber möchte man jetzt zum Beispiel noch einen zweiten Streifen anschließen, ich sage, hey komm, schließe ich den an D3 an, direkt daneben, das wäre der IO0. Dann kann ich sagen, also gut, über das Plus hier, ich habe noch einen zweiten Streifen dran, ist auch ein W-S2812 und der hat halt Y-LEDs, also keine Ahnung, der erste hat 24, weil es Ring-LED ist, der zweite ist wirklich ein Streifen, hat 300 LEDs und dann sage ich hier, der ist ein GPIO0, weil ich ja hier gesehen habe, ich habe ihn an Pin 3 angeschlossen, IO0. Und so könnt ihr eben bis zu drei Streifen bei ESP8266 anschließen, wobei der dritte dann kleiner 50 LEDs sein muss und bis zu zehn Streifen beim ESP32. Die könnt ihr ja einfach immer addieren, 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 dann kommt immer mehr und ihr gebt einfach den Pin an, wo er dranhängt. Dann ist das auch schon mal erledigt. Mit Minus kriegen wir es dann wieder weg. Ja, dann gehen wir eins weiter, da haben wir dann nämlich die Möglichkeit noch Buttons anzuschließen, also Taster oder Schalter an unseren ESP. Das haben wir jetzt im ersten Video auch nicht gemacht und das werde ich jetzt auch hier nicht besprechen. Wer das braucht, der wird es rauskriegen, weil ich kann ja einfach nur sagen, an welchem GPIO0 hängt eben mein Taster oder mein Schalter und gut, ich wüsste auch nicht wirklich, für was man das benutzen kann oder soll, aber es gibt sicher Fälle, ich habe sie noch nicht gebraucht. Dann noch eine Infrarot Fernbedienung oder ein Infrarot Modul kann man anschließen, aber für uns ist es wichtiger, weil es auch zum ersten Video passt, ist hier das Rallye und ich habe im ersten Video gesagt, im ersten Teil der Anleitung habe ich ja gesagt, ich habe das Rallye an D7 angeschlossen und D7 ist ja der IO13 und jetzt seht ihr hier in WLED habe ich das genauso eingestellt, mein Rallye hängt an GPIO13 und deswegen funktioniert es auch wenn ich WLED an und aus schale, dass das Rallye auch mit an und aus geht, das ist auch bei den Tastern und beim Infrarot Modul genau das gleiche, hier gebt ihr an, an welchem GPIO Pin hängt der Krempel und sehen tut ihr das hier auf eurem Datenblatt, da habt ihr die IOs und seht dazu, welcher Port das ist, ihr lötet an D5 einen Taster, das ist IO14, also sagt hey, mein Taster 0 hängt an IO14 und soll XY tun, genau hier baut ihr eben das Rallye ein, was wir im ersten Video, der ersten Teil der Serie angestellt haben, ja und hier könnt ihr dann noch sagen, mit welcher Helligkeit der LED Streifen oder was auch immer ihr angeschlossen habt, denn starten soll, wenn ihr ein Reset gemacht habt oder die Spannung mal weg ist und wieder kommt, standardmäßig steht es ja auf der Hälfte, 255 ist voll, 0 ist aus, voll hell und 0 ist aus, standardmäßig steht es auf der Mitte und ihr könnt einfach sagen, hey, wenn ich ein Reset mache oder sonst was, dann mach immer voll hell oder mach 150 oder weiß der Geier was, wie es euch am besten gefällt. Und hier, da sind wir jetzt eben wieder bei den Presets, wir haben uns ein tolles Preset angelegt und möchten jedes Mal, wenn ein Reset passiert ist oder wenn die Spannung mal weg war und kommt, dass er eben ein Preset lädt und das ist die ID, hier hinten dran gibt man die ID von unserem Preset an, das haben wir vorhin beim Anlegen ja gesagt, jedes Preset bekommt eine ID, die gebe ich hier an und wenn er dann neu bootet, wird automatisch das Preset geladen und euer LED-Projekt blinkt so los, wie ihr das eingestellt habt. Eine Zeile drunter, da können wir dann die Gamma-Korrektur für die Farbe einstellen, das macht nur das, dass die Farbe, die ihr auf eurem Farbwahlrad habt, der entspricht, wie es dann nachher auch auf dem LED-Streifen aussieht. Also das ist ein bisschen komisch, weil es wird nie 100%ig exakt stimmen, aber im Großen und Ganzen ist das schon in Ordnung, ist auch standardmäßig eingeschaltet, lasst es einfach drin. Das gleiche gibt es dann auch noch für die Helligkeit die nächste Möglichkeit, wir können nämlich einstellen, wie unser Übergang von Farben, also wenn ich von Rot nach Blau gehe oder einen anderen Effekt, wie schnell der Übergang sein muss. Und erinnert euch dran, wir hatten das schon besprochen und zwar bei den Segmenten hier, da steht jetzt eine Sekunde standardmäßig drin und wenn ich in den Einstellungen jetzt eben sage, ja nee, ich möchte nicht standardmäßig eine Sekunde drin haben, ich möchte da standardmäßig, keine Ahnung, machen wir zwei Sekunden drin haben, dann schreibe ich hier einfach 2000 Millisekunden rein, speichere das, gehe zurück und jetzt seht ihr, jetzt steht hier zwei Sekunden drin. Ihr könnt es zwar hier auch wieder händisch ändern, aber wenn ihr da eben viel am Basteln seid und euch nervt es immer, dass da immer eine falsche Zahl drin steht und ihr halt standardmäßig mit einer anderen arbeitet, dann könnt ihr das hier unten eben schon mal vorgeben. So, dann haben wir zeitgesteuertes Licht, das ist wichtig für den Timer, den habt ihr hier oben, hier oben links, hier ist der Timer und wenn ich den aktiviere, seht ihr schon hier unten, dass der Timer aktiviert ist und nach 60 Minuten wird alles ausgeschaltet und eben auf den habt ihr Einfluss über genau diese Einstellung hier unten, hier könnt ihr zum Beispiel sagen, nee, schalt erst nach 120 Minuten aus, dann könnt ihr hier sagen, was sollten passieren, also wie dunkel soll er dann machen, ausschalten, heißt in dem Fall jetzt hier 0, das heißt keine Helligkeit mehr, alle LEDs dunkel, ihr könnt auch sagen, fahrt einfach runter bis 150 oder so und ganz unten gibt es dann noch einen Modus, wo ich einstellen kann, ob er runter faden soll, er die Farben verblassen lassen soll, bis er auf 0 ist oder eben Sonnenaufgang simulieren soll. Das hier ist also für den Timer Knopf ganz oben links. Und dann gehen wir mal zum nächsten über. Da sind wir beim User Interface und das User Interface ist das was wir hier bedienen und genau da können wir jetzt hier in dem Menü drin rumspielen. Ganz oben haben wir die Server Beschreibung und die ist nachher dann auch wieder für den dritten Teil wichtig für IO Broker oder für WLED selber wenn ihr nämlich da mit Dritt Apps drauf zugreift oder irgendwie euch mit WLED verbindet das ist der Name der auftaucht also hier benennt ihr eure Instanz euer WLED Projekt keine Ahnung WLED Wohnzimmerdecke oder nur Wohnzimmerdecke und wenn ihr euch dann mit anderen Apps oder mit WLED selber wenn ihr da mehrere WLED Projekte miteinander verknüpft taucht dieser Name auch auf und der taucht auch auf in eurer WLED App wenn ihr da kein Name eingebt so wie ich das vorhin gemacht habe sondern einfach nur die IP Adresse eingibt wird automatisch der Name übernommen eine Zeile drunter könnt ihr einstellen ob wenn ihr jetzt mehrere Instanzen miteinander verknüpft habt ihr habt zum Beispiel eure Wohnzimmerdecke und eure Küchendecke habt ihr LEDs dran habt ihr miteinander verknüpft und ihr tut hier irgendwelche Buttons drücken ob das dann gleichzeitig auf der WLED Oberfläche von der jeweils anderen Instanz auch automatisch gedrückt werden soll so dann haben wir User Interface weiter geht so und hier könnt ihr die Sachen auswählen zum Farbe aussuchen ihr wisst wir haben so ein Farbwahlrad gehabt hier können wir jetzt noch sagen ich möchte zusätzlich noch RGB Sliders und eine Möglichkeit die Farbe im Hexwert anzugeben ich speichere das mal ab und gehe zurück und dann seht ihr schon hier haben wir jetzt die Möglichkeit unser Farbrad wie immer aber jetzt zusätzlich noch hier die Möglichkeit mit RGB Slider die Farbe einzustellen und dann zusätzlich noch haben wir gerade definiert noch diese Möglichkeit hier über eine Hexzahl die Farbe noch auszuwählen und ganz unten noch mal ein paar andere Einstellungen könnt ihr zum Beispiel sagen dass diese Tabs die da unten waren ich zeige es mal ganz kurz hier unten habe ich ja diese Tabs wo ich die einzelnen Menüs anspringen kann wenn ich auf PC Mode gehe sind die ja weg weil die Menüs hier alle nebeneinander aufgelistet werden da könnte ich jetzt zum Beispiel hier unten auch sagen nee lass die Tabs da unten da auch wenn du ich speichere es mal ab auch wenn du im PC Mode bist seht ihr dann ist das hier nämlich trotzdem noch da ein bisschen unsinnig aber meine Güte wer weiß schon wer was braucht und da kann man eben noch eine ganze Menge einstellen an eurem User Interface so dann kommen wir zu Sync Interfaces und das ist wichtig wenn man jetzt eben WLED mit irgendwas anderem verbinden will da hat man erstmal die Ports worauf WLED kommuniziert und hier kann man dann noch Gruppen synchronisieren das dient eben dann nachher dazu wenn ich jetzt zwei WLED Instanzen miteinander verbinden will ich habe jetzt zum Beispiel im Wohnzimmer in der Küche ein LED Streifen und die sind aber nicht in Reihe geschlossen weil zu weiter Entfernung und ich habe da zwei ESPs dran und ich möchte dass die trotzdem das gleiche tun dass wenn ich sage rot sollen beide auf rot gehen und wenn ich sage weiß beide auf weiß und alle Effekte sollen es übernehmen dazu brauche ich den Krempel da kann ich hier dann auch sagen was sollten alles übernommen werden also die Helligkeit die Farbe die Effekte die Segmente das kann ich alles hier einzeln auswählen was dann meine zwei WLED Instanzen übernehmen sollen wenn ich eben auf der ersten drücke kann ich mir eben solche Gruppen anlegen um dann eben viele Dinge gleichzeitig über eine Oberfläche zu bedienen da hat man eben eine ganze Menge Spielereien und die gehen wir jetzt auch nicht alle durch weil es echt viel ist und auch echt teilweise ein bisschen kompliziert wenn man nicht weiß was man tut hier zum Beispiel haben wir die Möglichkeit zu sagen ich gehe da mit einer Drittsoftware drauf ich habe also eine Software womit ich zum Beispiel ihr kennt doch diese YouTube Videos wo sie so abgefahrene Weihnachtsbeleuchtung draußen haben und ich kann jetzt meine Weihnachtsbeleuchtung am Haus aufhängen kann alles mit WLED machen und kann dann sagen ich nutze jetzt eine Schnittsoftware für Licht wo man Musik an Licht anpassen kann macht da schön meine Show und schickt dann direkt über die Software an WLED eben meine Musik Show hin und WLED soll einfach das tun was die Software sagt das wäre so in dem Bereich dann haben wir hier noch MQTT da wird es nachher eben mit Haus Automation interessant mit IO Broker zum Beispiel wenn man nicht ein spezielles Plugin für WLED benutzt oder ich kann hier zum Beispiel meine WLED Instanz also mein WLED Projekt direkt mit meinem Philips Hue verbinden kann ich dann direkt über die Philips App steuern wenn ich das möchte und das gleiche geht natürlich auch mit Alexa war irgendwo weiter oben glaube ich oder Moment muss ich gerade mal jetzt finde ich die Alexa nicht doch hier ist ja ich möchte meine WLED mit Alexa verbinden dann mal hier das Häkchen rein gibt dem ganzen Namen und wenn ich das gespeichert habe und dann der Alexa sage sie soll bitte nach neuen Geräten suchen dann wird sie das Light finden und ich kann sie dann direkt über Alexa steuern oder ich kann das WLED Projekt dann direkt über Alexa steuern ja das soll es hier auch schon mal gewesen sein nur als Tipp jede Einstellung alles was ihr wollt findet ihr auf der WLED Seite auch noch mal zum nachlesen also wer da jetzt wirklich ein bisschen tiefer rein möchte mit ganz speziellen Dingen wenn es dann eben um Steuerung über Dritt Apps geht oder sonst irgendwas das ist hier wirklich alles toll aufgelischt alles Schritt für Schritt zu lesen wirklich wunderbar gemacht man muss ein bisschen Englisch können aber es gibt ja auch einen Übersetzer das ist wirklich nicht alles schwer dann gehen wir eins zurück und wir sind angekommen bei Time und Makros und da steht ganz oben erstmal drin woher sich WLED die Zeit holt weil WLED muss ja wissen welches Datum haben wie spät ist damit wir nämlich solche Dinge machen können wie hier unten in dem Bereich hier unten da kann ich Tag an irgendeinem Tag oder zu irgendeinem Datum das ist ja egal tu um die Stunde und die Minute das Preset laden das heißt die ganzen Effekte und Presets die wir uns eingestellt haben die wird er dann hier automatisch zeitgesteuert abrufen da könnt ihr euch also so eine kleine Automatisierung bauen wir machen das im dritten Teil der Serie dann über IOProgrammer aber hier würde das direkt aus der WLED App rausgehen direkt ja und hier habt ihr noch die Möglichkeit eine Uhr einzustellen das macht zum Beispiel bei der RingLED Sinn da könnt ihr einfach sagen hey simulieren wir mal eine Analoguhr auf meiner auf meinem LED Streifen und dafür ist das hier da da müsst ihr mal ein bisschen rumspielen das habe ich selber auch noch nicht noch nicht ausprobiert ja und hier habt ihr dann noch die Möglichkeit zu sagen wenn ihr zum Beispiel den WLED mit Alexa verbunden habt habe ich ja ganz kurz vorher im anderen Menü gezeigt dann könnt ihr sagen hey wenn ich Alexa den WLED Instanz mit Alexa einschalte dann lade Preset X und wenn ich ausschalte lade Preset Y und das könnt ihr hier eben noch für andere Funktionen vorgeben was denn da geladen werden soll und hier bei den Buttons ich habe es ja auch ganz kurz angesprochen vorhin wenn ihr einen Button angeschlossen habt ein Taster oder sonst irgendwas könnt ihr hier einstellen was macht der Schalter denn wenn ich ihn kurz drücke soll er Preset 1 laden wenn ich ihn lang drücke Preset 2 laden und wenn ich ihn doppelt drücke soll er Preset 3 laden dafür ist dann diese Option da so und dann haben wir noch die User Mods in meinem Fall jetzt hier auf der Installation ist nichts aber wer da jetzt zum Beispiel eine Sound Reactive Funktion mit installiert dann würde die hier angezeigt das habe ich auch schon mal im Video gezeigt man kann ja noch ein Mikrofon an den ESP anhängen und dann reagieren eure LEDs eben auf die Geräusche und das würde dann hier drin angezeigt werden dass eben ein Modul Sound Reactive installiert ist da gibt es auch mehrere User Mods die kann man sich alle auf der WLSD Seite mal anschauen so und ganz zum Schluss bleibt dann noch die Sektion Security und Updates und da habt ihr die Möglichkeit eben Updates hochzuladen oder eure Presets zu sichern da könnt ihr zum Beispiel die Presets die ihr angelegt habt alle sichern auf eure Platte und später wieder hochladen oder eben übertragen auf eine andere ESP Installation oder ihr könnt ein Backup von eurer ESD Einstellung hier machen ganz unten seht ihr dann noch welche Version installiert ist in dem Fall müsste das sogar jetzt die neueste sein oder hier oben habt ihr die Möglichkeit zum Beispiel alles wieder auf die Grundeinstellungen zu resetten wenn ihr da das Häkchen macht und einmal Speichern und Reboot dann ist alles was ihr eingestellt habt wieder weg und WLED sieht so aus wie es ganz am Anfang war wo ihr es frisch installiert habt und das hier ist die Möglichkeit für ein Update da könnt ihr draufklicken könnt dann hier die Datei auswählen von der neuen Firmware Version wenn es eine gibt die ihr euch auf der WLED Seite runtergeladen habt sagt Update und schwupps seid ihr auf der neuesten Version und alle Einstellungen bleiben aber vorhanden die wir dann nicht löschen so und dann sind wir auch schon durch mehr möchte ich da auch jetzt gar nicht drüber erzählen es gibt zwar noch ein, zwei Optionen die wir nicht besprochen haben aber wie gesagt schaut euch das einfach hier auf der WLED Seite an das ist wirklich tiptop erklärt jetzt gehen wir zum Schluss noch die Buttons hier oben durch und Timer haben wir ja schon besprochen gehabt vorhin bei den Einstellungen da kann ich den Timer aktivieren und deaktivieren und er tut dann eben das was ich ihm gesagt habe was er tun soll in der Konfiguration hier kann ich die Synchronisierungsfunktion einschalten das heißt wenn ich jetzt mehrere WLED Instanzen miteinander synchronisieren will kann ich hier sagen okay du synchronisiere dich mit oder du tust es nicht und der Peak das ist ganz lustig da kann ich mir nämlich genau das was ihr hier im Bild unten rechts eingeblendet bekommt nämlich auch hier oben am Bildschirm anzeigen lassen also wenn ich jetzt zum Beispiel den WLED Streifen oder das WLED Projekt an dem ich gerade arbeite nicht sehe weil es zum Beispiel in der Garage ist und ich hier im Büro hoc dann kann ich mir das hier oben anzeigen lassen und egal was ich jetzt verändere wenn ich jetzt sage Segment 2 werde grün dann macht er das natürlich in der Realität aber zeigt es mir hier oben dann gleichzeitig auch mit an egal was ich tue hier oben wird es mit angezeigt dann haben wir noch den Info Button da sehe ich so eine Schnellübersicht über alles was interessant ist also die Firmware sehe ich die Qualität meiner WLAN Verbindung wie lange läuft das ganze Teil schon und so weiter und so fort dann haben wir noch den Button Notes und da seht ihr jetzt alle WLED Projekte die momentan aktiv sind also ich habe einmal die an der Garage aktiv Tischbüro, Wandbüro die sind jetzt momentan aktiv und ich kann auch direkt wenn ich da drauf klicke dann direkt mich damit verbinden zack jetzt bin ich quasi auf der WLED Instanz von der Garage wenn ich wieder auf Notes gehe und wieder auf das YouTube Projekt wo wir gerade gearbeitet haben dann bin ich wieder hier drauf Config ganz klar sind wir gerade durchgegangen und PC Mode hatten wir ja ganz am Anfang da kann ich einfach den Modus wie mir das hier angezeigt wird umstellen ja und das soll es auch schon wieder gewesen sein was heißt schon wieder ich war schon am schneiden ja dreht es gerade hier noch einen Schluss und es ist tatsächlich weit über eine Stunde und ja sorry ging nicht anders ja wie gesagt ihr konntet ja springen und hin und her jetzt wird noch Teil 3 kommen und in Teil 3 geht es dann um die Integration in IOPro und Teil 3 wird so circa in 4 Wochen kommen weil die Dreherei von den Videos das kostet mich extrem viel Zeit und ich habe noch ein paar andere Dinge die ich gern fertig drehen würde und auf den Kanal schmeißen würde von daher die IOPro Integration kommt das ist dann eben der letzte Teil und habt da einfach noch ein bisschen Geduld so und ich wünsche euch jetzt einfach noch ganz viel Spaß beim Basteln mit euren LED Projekten da kommt nämlich wirklich der geilste Scheiß bei raus und ich klinge mich jetzt hier aus wünsche euch eine tolle Zeit bis dann bis dann